Das Grasfeld ist bereit zu ernten. So, und was wir auch noch heute geplant haben, ist, ich denke, Raps. Wir werden auf einem Feld Raps ausbringen. Und dazu brauchen wir aber, glaube ich, dann auch den Kollegen hier, weil er die nötigen PS hat. Und zwar auf einem unserer neuen Felder da hinten. Feld Nummer 6 oder 7 würde ich Raps ausbringen wollen, um zu sehen, ob sich dann natürlich die Bodenwerte auch wieder verbessern. So, legen wir los. Maschinenschaden. Ach so, wir werden Arbeitsmodus wechseln. Ja, okay. Ja, und so ist... Ja, Schwart war schon. Okay. Hat also gepasst. Und lappt die Post. Weil wir werden hier auf jeden Fall dann einfach nur Gras einsammeln und keine Ballen wickeln. Sondern wir werden das ganz normal hier mit dem Ladewagen einsammeln und dann in unser Fermenter-Silo bringen, um Silage herzustellen. Denn ich glaube, Ballen und so weiter und das haben wir mehr als genug. Da ist genügend Material da. Und wir werden hier mit diesem Map spielen dürfen. Also ob es dann davon auch eine entsprechende Konsolen-Version gibt. Aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. So, okay. Und vorne jetzt. Sehr schön. Dann fahren wir erstmal hier lang. Ja, man sieht es. Also dieses Grasfeld ist jetzt erntereif. Links das Grasfeld ist noch nicht so weit. So haben wir dann immer einen schönen Wechsel. Wir sind im August. Ich denke, September, Oktober können wir hier links vielleicht nochmal einen Schnitt machen. Genau, genau, genau. Weil wir müssen die Sache auch ein bisschen beobachten von den Finanzen her. Das Schmetterlingsmähwerk da hinten, den Anbau, den habe ich ja nur genietet. Ich würde mir gerne auch irgendwann mal so einen Teil dann festkaufen. Denn Gras haben wir immer zu bearbeiten. Aber wir müssen ein kleines bisschen aufpassen. Denn, auch wenn das jetzt gerade so verlockend ist von unseren Finanzen her. Aber wir haben ja noch Mais stehen und haben meines Wissens noch kein... Ähm... Mais pflückt noch kein Gebiss für unseren Drescher. Und das müssen wir auf jeden Fall auch noch kaufen. Denn ich möchte auch früh oder später Sonnenblumen ansehen. Gut, ihn schicken wir jetzt mal auf die Reise. Dann schauen wir mal, mit welchem werden wir... Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Ich bin da also nicht immer im Bilde von den Traktoren. 201 der 174. Das ist der. Genau, dann nehmen wir doch den Kollegen. So, haben wir Gewicht dran, ja. Und dann holen wir damit unser, ich denke, den kleinen Ladewagen erst mal. Weil mit dem Großen werden wir jetzt auf dem Feld, glaube ich, nicht herumfahren. So, wie sieht's aus? Braucht der noch Siliermittel oder ist der Tank noch voll? Ja, Tank ist gut gefüllt. Huch, so wollte ich eigentlich. Dann fahren wir mal gleich hier Gras einsammeln. Und was ich vorhin auch mal geguckt habe, da gehen wir dann auch noch hin, sind unsere Bäume. Ich bin da nämlich jetzt gar nicht auf einem Laufenden, weil die haben jetzt eine Höhe von 11,70 Meter. Wann können wir denn unsere Bäume ernten? Das schauen wir uns später auch mal an. Aber da bin ich ja auch ein kleines bisschen, ja, nicht aktuell. So, er sammelt ein, hervorragend. Da bin ich nämlich auch nicht aktuell, denn, wie gesagt, bei welcher Größe kann man die dann jetzt schon abholzen? Aber ich glaube, die müssten doch eigentlich über 20 Meter hoch werden, oder? Weil da haben wir natürlich dann jede Menge zu tun, dann wieder im Winter. Da werden wir uns dann auch wieder einen Vollernter, denke ich, mieten. Das macht sich immer am meisten bezahlt. Und dann schauen wir wieder, dass wir häckseln. Dann kommt auch bestimmt wieder gut Geld in die Kasse, dass wir dann wieder im Frühling richtig agieren können. Vielleicht das eine oder andere Feld noch kaufen. Und, worauf ich auf jeden Fall Bock hätte, wäre... So, fangen wir hier kurz so und jetzt rückwärts. Wäre natürlich Schafe. Schafe fände ich hier irgendwie noch cool. Und was mir auch eingefallen ist, was wir überhaupt nicht gemacht haben bisher, oder schon lange nicht mehr, ist das Thema Bienen. Und deswegen werden wir ja auch ein Rapsfeld... Vielleicht machen wir auch zwei. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Und dann könnten wir natürlich Bienen setzen und in der Hinsicht nämlich auch noch ein bisschen was machen. Okay. Jetzt werden wir das hier, glaube ich, nicht mehr uns hier abgreifen können. So, nochmal kurz zurückgesetzt. Kommt da was auf der Straße? Kein Straßenverkehr? Jetzt muss ich mal überlegen, wie war denn das? Wo haben wir denn jetzt hier noch ein bisschen was? Okay. Dann ab die Post. Ja, das Thema Bienen wird so, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Das war ja auch am Anfang vom LS22 auch so ein bisschen eine interessante Geschichte. Und Bienen platzieren, damit natürlich dann zum Beispiel Rapsen höheren Ertrag bringt. Und dann hat man natürlich noch den Honig. Okay, er ist voll. Und dann hat man natürlich noch den Honig. Und da bin ich nämlich auch immer überlegen, weil das könnte man auf jeden Fall machen. Aber da muss ich mich selbst auch erst wieder schlau machen. Denn der Honig, da braucht man, glaube ich, so einen Spawnpunkt. Und dann müssen wir uns dann überlegen, wo wir den platzieren. So, mit dem Kleinen sind wir hier einfach ein bisschen wendiger. Mit dem Faro 410 von Köttinger. Deswegen nehmen wir auch den. Auch wenn wir jetzt zwei- oder dreimal länger oder mehrmals fahren müssen. Aber wir haben ja keine so Strecken. Insofern passt das. Und das Ganze wieder hier ins Silo. So, dann machen wir nämlich auf jeden Fall auch richtig Material. Silage. Wir haben schon über 300.000. Auch das wird sich dann gut verkaufen können im Winter. Müsste also richtig Kohle dann reinkommen übers Jahr. Und dann wisst ihr ja, möchte ich mir gerne einen neuen Drescher holen. Doch irgendwie eine Nummer größer. Und dann brauchen wir natürlich auch das komplette Material dafür. Dann vielleicht noch zwei, drei Felder. Das wäre natürlich cool. Dann neue Tierchen. Und vielleicht, und da bin ich halt auch noch am überlegen, wie wir das machen, so eine kleine Hof-BGA. Dafür bin ich ja immer irgendwie zu haben. Weil dann würde natürlich hier auch das ganze Siliermittel, beziehungsweise nicht Siliermittel, die ganze Silage würde uns dann nämlich auch helfen. So, dann könnte man nämlich auch anfangen. Vielleicht mit Zuckerrum. Zuckerrüben. Aber wir wollten ja auch, das fällt mir gerade ein, wollten wir nicht auch noch Kartoffeln anpflanzen oder Zuckerrüben. Weil das brauchen wir ja eigentlich auch für unsere Schweinchen. Ja, dann schauen wir mal. Ja, stimmt. Wir werden dann auf dem hinteren Feld, Feld Nummer 6, da würde ich dann Raps pflanzen. Und dann lassen wir Feld Nummer 7 frei, weil da bietet es sich an. Da kann man am ehesten dann mit so einem, ja, mit einer kleinen Erntemaschine dann rüber und eben einsammeln. Wir müssen mal schauen, wann ist denn der Saatzeitpunkt für Kartoffeln. Ja, auch erst im März oder April. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wenn ich immer von den Feldern rede, dann zeige ich euch das jetzt auch mal ganz kurz. So, hier Feld Nummer 6. Da würde ich dann Raps drauf pflanzen. Und hier könnten wir Kartoffeln oder Zuckerrüben draufpacken. Und hier möchte ich dann eigentlich, ja, Sonnenblumen oder irgend so was ähnliches. Mais haben wir ja. Das wird dann erntereif sein in zwei Monaten. Und Mais brauchen wir ja definitiv für unsere Schweine. Jetzt ist der auch schon wieder voll. 82 Prozent, okay. So, da rennen wieder die Rähchen. Und wie weit ist er? Eine Bar noch, oder? Dann können wir die nämlich umrüsten, um den Raps auszusehen. So, wenn wir natürlich so rumfahren, dann macht es das ein bisschen einfacher. Ja, da sind unsere Kühe. Und die wachsen und gedeihen. Milch haben wir auch schon jede Menge. Da wäre fast zu überlegen, ob wir uns dann auch dann in das Thema Produktionen stürzen im nächsten Jahr. Denn ich hoffe, dass da ein bisschen Geld übrig ist und die ein oder andere Produktion dann zur Verfügung steht. Fangen wir klassisch an mit der Bäckerei und vielleicht eben der Molkerei. Das wären die Klassiker hier auf dieser Map. Okay, und der andere hier ist fertig mit dem Mähen. Das werden wir gleich kontrollieren. So, wir könnten dann auch gleich hier die Produktion anschmeißen. Wenn wir jetzt wieder so viel Gras drin haben. So, dann fahren wir den kurz zum Feld. Und dann schauen wir mal, wie weit der Lambo ist. Beziehungsweise ob er wirklich fertig ist mit der Arbeit. Oder ob er noch irgendwo was hat stehen lassen. Nö, kann man glaube ich zufrieden sein. Das passt soweit. Dann packen wir mal ein. Dann packen wir ein. Bringen das Material weg. Hier die Gerätschaften. Und dann schauen wir mal, wo unsere Saatmaschine ist. So, die hatten wir ja in der neuen Halle. Ja, müsste man eigentlich auch putzen. So, wie kommt er rein? Muss man nämlich ein bisschen eng stellen. Ah, da haben wir ja unsere Palette mit dem Siliermittel. Okay, da ist auch noch genügend Material da. So, das passt soweit. Toll, rennt ein Reh hier durch die Schweinegehege. Okay. So, wo haben wir denn jetzt wieder unser Gewicht? Jetzt bin ich gerade gar nicht so auf dem Laufenden. Ich überlege gerade, stopp mal, wo ist denn überhaupt unsere Saatmaschine? Bin ich da schon wieder dran vorbeigefahren? Haben wir da nicht jetzt mittlerweile schon ein bisschen was Größeres? Äh, ich glaube die John Deere da, oder? Das ist doch unsere Saatmaschine. Für Raps. So, genau, Raps. Und jetzt überlege ich gerade, ist doch eine Direktsaat, ne? So, genügend Material ist drin. Und da haben wir das Gewicht. So, genau, was diese Maschine eben nicht macht, das ist ein Düngen, okay. Genau, deswegen haben wir ja auch die Felder schon mal ein bisschen vorgedüngt mit Gülle unter Mist. Genau, stimmt, da auf den Feldern da hinten die 6 und die 7, da haben wir ja Mist ausgebracht, so als Vordüngestufe. So, da rechts ist unser Maisfeld, das dürfte in zwei Monaten soweit sein. Und dann hatten wir da hinten doch auch nochmal was angesät. So, das wäre das Feld hier für unsere Kartoffeln oder Zuckerrüben. Da müssen wir uns nochmal Gedanken machen, was geschickter ist, was günstiger kommt. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir die Sojabohnen, stimmt. Und Soja. So. Dann werden wir auch hier das erstmal das Vorgewende von Hand fahren. Stopp, stopp, stopp. Und Gewicht wieder hoch, jetzt sind wir an der richtigen Maschine. Ja, das Thema sind immer, wie gesagt, die Bäume hier, mit denen er dann manchmal Probleme hat. Der Helfer. So, und das Feld ist ja jetzt auch nicht ganz so easy, weil es hat ja natürlich wieder einen Winkel bzw. eine Schräge hier vorne. So, und was ich auf jeden Fall jetzt beobachten möchte, ist, ob sich auch hier wieder die Bodenwerte ändern. Denn wir haben ja auch schon festgestellt, dass er beim Grubbern oder beim Ernten sicher die Bodenwerte schon verändern. Da schauen wir dann mal gleich, weil hier dann können wir, glaube ich, den Helfer losschicken. So, und jetzt den Helfer. Okay, wir springen da kurz raus. Okay, das passt soweit. Stickstoff ist noch schlecht, da müssen wir auf jeden Fall kräftig, kräftig düngen. Der pH-Wert passt aber. Und Raps. Okay, natürlich muss das Ganze dann gewalzt werden. Wir schauen jetzt mal kurz in die Karte. So, hier. 73. Stickstoff ist eigentlich sehr weit vorne schon. Der pH-Wert, ganz klar. Und Unkrautbekämpfung. Der Balken müsste auch nach vorne gehen. So, die Umweltbewertung steigert den Verkaufspreis. Waren wir da nicht schon auf 10%? Irre ich mich da? Hm. Ich war der Meinung, wir wären da schon auf 10% gewesen. Okay, hat das eventuell damit zu tun, dass wir jetzt hier anbauen. So, das Feld, wie gesagt, da sollen wir, machen wir Kartoffeln oder ähnliches. Da haben wir Soja, da haben wir Mais. Da könnten wir dann eben Sonnenblumen draufpacken. Ich muss mal schauen. Oder wir machen das auf die 18. Ansonsten werden wir vermutlich auf die 11 nochmal Getreide draufpacken. So, und dann haben wir ja auf jeden Fall hier die Getreidemühle. Und jetzt schauen wir mal. Da ist die Bäckerei. Und ich überlege die ganze Zeit. Nee, wo ist denn die Molkerei? Müsli-Fabrik. Das ist die Zuckerfabrik. Wo ist denn die Molkerei? Pizzeria, Spinnerei, da auf keinen Fall. Wo ist denn die Molkerei? Hier, oder? Da ist die Molkerei. Da ist die Getreidemühle. Und da war die Bäckerei. Okay. So, wo ich jetzt noch ganz schnell mit euch hin will, ist hierher. Also hier haben wir ja für unseren Winter die Forstwirtschaft vorbereitet. Und hier haben wir die Bäumchen hingepflanzt. Und die Fichten haben jetzt eine Höhe von 11,60 Meter. Aber das hatten die schon im letzten Monat. Also ich weiß nicht, wie die hier wachsen. Aber ich glaube, das ist immer so ein bisschen sprunghaft. Also auf jeden Fall haben wir hier ja jede Menge Arbeit vor uns. Und dann können wir auch überlegen, ob wir vielleicht hier noch irgendwie was hinbauen. Und worauf ich ja auch Bock hätte dann für die Zukunft. Ah, falsch hier. In die Karte. Das ist ja hier oben dieses Gelände. Und da könnte ich mir echt vorstellen, dass wir da oben vielleicht dann nochmal einen schönen, großen Kuhstall oder irgendetwas hinbauen. Das ist nämlich auch eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall für die Zukunft. Okay. Er macht hier seinen Job, soweit ich das sehe, ganz ordentlich. Ja. Und hat noch genügend Material drin. Also lassen wir den jetzt erstmal hier ein bisschen arbeiten. Dann kümmern wir uns um ihn hier. So. Dann können wir hier rein. Und werden noch ein bisschen aufsammeln. Ja. Da haben wir dann auf jeden Fall noch gut zu tun bis zum Ende des Jahres. Noch ein bisschen Aussäen, noch ein bisschen Feldarbeit. Dann natürlich sich um unsere Tierchen kümmern. Und dann ein bisschen planen für die Zukunft. Was wir hier alles auf dieser Map noch alles machen wollen. Auf jeden Fall ist das Ganze hier auf ein längeres Projekt ausgelegt. So wie auch die Galgenberg bei mir. Wo es ja leider beim letzten Stream technische Probleme gab. Ja. Mit der Capture-Karte, so wie es aussieht. Das werde ich zukünftig ein bisschen besser im Auge behalten und überprüfen, bevor wir in den Stream gehen. Aber es würde mich freuen, wenn ihr wieder einander dabei seid. Und am Dienstag, beziehungsweise Freitag, die nächsten beiden Freitage, den 13. und den 20. jetzt nicht. Entschuldigung. Weil ich da die Freitage außer Haus bin, so möchte ich es mal formulieren. Aber ansonsten immer Dienstag und Freitag sind wir auf der Galgenberg. Spielen die Version 2.0 auf der Konsole. Und zwar mit Food Plus. Das heißt mit modifizierter Tierfütterung. Und das Ganze in meinem Livestream für circa zwei Stunden. Ab 20.30 Uhr. So, der Kollege ist wieder voll. Dann bringen wir ihn wieder zum Silo. Und wir werden hier das Feld jetzt komplett noch das Gras einsammeln. Und hinten, wie gesagt, das Feld mit Raps einsehen. Und das soll es dann auch schon wieder mal wieder gewesen sein hier von der Neu-Minibrunn unserer wunderschönen Alpen-Map. Hier unser Projekt Die Alpen-Map. Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen gefallen. War wieder interessant und kurzweilig für euch. Wenn ja, würde ich mich natürlich über Kommentare oder ein Däumchen freuen. Und natürlich wäre ein Abo auch herzallerliebst. So, ich sage Dankeschön. Würde mich freuen, wenn ihr am Dienstag oder am Freitag zuschaltet zum Livestream hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Euer Baden Farmer. Tschüss. 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 Tschüss.